Ich begrüße euch in mein Tagesenergie am 26. Juli 2017. Die Energie des Tages ist, wir brauchen die inneren Gleichgewicht, weil das schenkt uns Leichtigkeit und das vermittelt die Tierkrebszeiten vage. Da sollen wir auch Verstand und Gefühl im Gleichgewicht halten und so die Entscheidungen treffen und noch etwas überprüfen. Ob wir jetzt auf den Verstand hören oder auf unsere Intuition, heute brauchen wir beides und das vermittelt uns die Tierkrebszeiten Jungfrau und die Tierkrebszeiten Fischen. Vergangenheit. Was befestigen wir uns von Vergangenheit und von was trennen wir uns? Das ist keine leichte Entscheidung gerade, aber das wiegt ab die Tierkrebszeiten vage und die Tierkrebszeiten Steinbock. Wichtig ist das inneren Gleichgewicht, weil das gibt die Leichtigkeit. Und brauchen wir auch Orientierung und das vermittelt uns die Tierkrebszeiten Löwe. Und bei beruflichen Entscheidungen etwas Neues wagen, da gibt die Kraft und die Mut, die Tierkrebszeiten wieder gerade. Und das war meine Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen der DERA Susanna Medici. DERA Susanna Medici.